Die Bundespolizei hat die Zahl ihrer Kameras am Hauptbahnhof verdoppelt. Gleichzeitig wird die Speicherzeit der Aufnahmen mehr als verzehnfacht. 190 Kameras filmen rund um die Uhr. Erst nach 30 Tagen werden die Aufnahmen gelöscht. Die Bundespolizei schöpft damit das gesetzlich erlaubte Maß voll aus. Mit der bisherigen analogen Technik waren nur drei Tage möglich. Die neue HD-Qualität kann künftig auch zur Gesichtserkennung eingesetzt werden. Die Beamten sitzen aber nicht ständig vor den Monitoren. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar kritisiert, Kameras allein büten keine erhöhte Sicherheit. Es sei fragwürdig, Aufnahmen von Millionen Reisenden derart lange ohne Anlass zu speichern.